Hey Leute, heute mal eine kleine Zwischenfrage und zwar geht es sich darum, ich möchte mal erfahren, was ihr gerne so von mir im Livestream wissen wollt, also sprich, ich möchte, dass ihr unten in die Kommentare reinschreibt, was beim nächsten Livestream gemacht werden soll und dann versuche ich das Ganze umzusetzen und das werden wir dann dementsprechend thematisieren. Ich werde mich dementsprechend darauf vorbereiten und es ist aber relativ schwer. Ich kann jetzt auf dem Nähkästchen plaudern, das ist eine Sache, den einen interessiert, den anderen nicht. Deshalb frage ich euch jetzt hiermit, was ihr gerne machen möchtet oder beziehungsweise welche Themen ihr angeschnitten haben möchtet und ich möchte also dementsprechend dann hingehen und euch da mehr einbinden, was dann im Livestream passiert. Also, schreibt es mir unten in die Kommentare rein und ich bitte um rege Beteiligung, damit auch was bei Runden kommt und dann werden wir das dementsprechend beim nächsten Livestream werde ich mir was rauspicken, was am meisten gewünscht wurde oder was für mich am besten umzusetzen ist und dann könnt ihr mir dann beim Livestream dann sagen, ob das so für euch in Ordnung ist oder nicht. Also, bis zum nächsten Livestream, beziehungsweise bis zum nächsten Tagum-Eintrag oder zum Abschlussbericht des RSK 300. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend und Nacht oder wann auch immer ihr dieses kleine Zwischenvideo ihr seht. Euer Weiber. HAPPB-Best 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018